Fitness mit Marc Folge 415 Herzlich Willkommen zu Fitness mit Marc, wo sich alles darum dreht, dass du nackt gut aussiehst. Und hier ist dein Gastgeber. Bevor er etwas kauft, egal was, recherchiert er ausgiebigst. Andere sagen, er würde eine Doktorarbeit daraus machen. Marc Maslow! Moin Moin, ich bin Marc Maslow, dein Dranbleiben-Fitnesscoach von Marathonfitness.de. In der heutigen Folge habe ich Verstärkung hier an Bord. Endlich ist sie wieder dabei, meine Kollegin Jenny Zabrakis. Sie ist Marathonfitnesscoach, betreut schon seit vielen Jahren Klienten als Online-Fitnesscoach, ist auch schon seit bald zehn Jahren tätig als Personal-Trainerin, Ernährungsberaterin und sie lebt auch selbst den Fitness-Lifestyle schon lange, betreibt Bodybuilding, ist unter anderem auch schon deutsche Vizemeisterin in der Bikini-Klasse geworden. Und sie ist auch liebevolle Mutter zweier Kinder. Wir haben im Vorweg Fragen eingesammelt aus der Dranbleiber-Community an Jenny und an mich und die beantworten wir für dich in der heutigen Folge. Worum geht es da? Eigentlich um alle Elemente der Marc-Formel. Zum Beispiel, wie viel Muskelmasse baust du ab, wenn du dich falsch ernährst? Wie kombinierst du Kraft- und Ausdauertraining optimal pro Woche für die Fortgeschrittenen unter uns? Welcher Trainingsumfang ist denn optimal? Kann man Krafttraining zyklusorientiert steuern für die Ladies, die hier zuhören? Oder wie schwer ist es für Frauen während der Massephase richtig zuzunehmen? Und wie geht man mental damit um? Das ist nur ein Auszug aus den Fragen, die wir heute beantworten werden. Und damit wünsche ich dir viel Spaß mit der heutigen Folge mit Jenny Zavrakis. Der Werbepartner dieser Folge ist Koro. Ich habe Koro entdeckt, als noch Lockdown war, weil ich gerne Lebensmittel online bestelle. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich bestelle gerne große Mengen. Ich zahle lieber ein bisschen mehr und spare dann in Summe. So ähnlich wie aus dem L'Oreal-Film Papa and Deporters, wo er eine ganze Palette voller Senfgläsern bestellt. Ich bin so ähnlich. Ich bestelle große Portionen und das reicht dann auch ein bisschen. Und genau das bietet Koro auch. Die haben qualitativ hochwertige Lebensmittel, die du online bestellen kannst in großen Portionen. Und die reichen dann auch ein bisschen länger. Auf deren Website korodrogerie.de findest du eine riesengroße Auswahl an verschiedenen gesunden Produkten, wie zum Beispiel ein hervorragendes Mandelmus. Oder mein absoluter Favorit sind die Ingwer-Shots, die du in dein Trainingsgetränk reinmischen kannst. Oder eben auch so als Durstlöscher, denn da ist kein Zucker drin. Das ist einfach nur gepresster, abgefüllter Ingwer. Und als drittes bestelle ich mir regelmäßig die Soja-Protein-Crispies mit 75% Protein und Kakao. Tolle Möglichkeit, dein Frühstück mit Protein aufzupeppen und es schmeckt einfach genial. Meine Empfehlung, klick dich einfach mal durch, durch das Sortiment auf korodrogerie.de Und wenn du den Code FMM, wie Fitness mit Marc, beim Bezahlen eingibst, dann bekommst du nochmal 5% Rabatt auf deine Bestellung. Ja, heute zu Gast bei Fitness mit Marc, beziehungsweise im Team Marathon Fitness, Jenny Zavrakes. Moin Moin Jenny. Hi. Schön, dass du da bist. Lass uns gleich mit der ersten spannenden Frage einsteigen, die an dich gerichtet ist. Also wir wechseln immer so ein bisschen ab. Und die kommt von Sunny. Wie ist die optimale Anzahl und Verteilung von Kraft- und Ausdauertraining pro Woche für Fortgeschrittene? Ja, spannende Frage. Das Erste, was man da natürlich beantworten muss, ab wann ist man fortgeschritten? Oder wie fortgeschritten kann man sein? Nein, also wenn man jetzt wirklich schon Erfahrung hat, sowohl im Krafttraining als auch im Ausdauertraining, meinetwegen ist man schon ein Jahr oder länger im Fitnessstudio, ist da auch regelmäßig. Und die Bewegungsabläufe ist bekannt. Man hat eine gute Verbindung, Muskel-Hirn-Verbindung sozusagen und weiß eigentlich, wie der eigene Körper funktioniert. Und dann fragt man sich, okay, reicht das? Kann ich irgendwie erhöhen? Klar, wir beide sind ja eher Kraftsportler und für uns steht immer, sag ich mal, Kraft doch an erster Stelle. Und ja, so wenn man jetzt, sag ich mal, dreimal Krafttraining macht, kann man auch noch dreimal Ausdauertraining machen oder auch fünfmal Ausdauer. Aber es ist ja auch immer so ein bisschen die Prioritätenfrage, wo will ich mich verbessern? Will ich jetzt, oder was bekommt mir auch gut? Also will ich jetzt im Laufen vielleicht mich gar nicht so steigern, aber mental merke ich einfach, das tut mir wahnsinnig gut und ich brauche das. Und ich möchte jeden Tag laufen gehen in einem moderaten Tempo oder in einem, so dass ich auch genug regenerieren kann, spricht da nichts gegen. Genauso wie wenn man das Krafttraining eben die Muskulatur dann ja auch irgendwann mal aufsplittet. Man wird bestimmt nicht fünf, sechsmal in der Woche denselben Trainingsplan durchziehen. Aber wenn man dann eben das dementsprechend aufsplittet, dass jede Muskulatur ein bis zweimal in der Woche dran ist, spricht ja auch nichts dagegen, sechsmal Krafttraining zu machen und dann noch zusätzlich vielleicht hinterher oder morgens ganz unabhängig vom Krafttraining noch eine Ausdauereinheit ranzuhängen. Das sehe ich genauso. Erstmal kommt es auf das Ziel an, wie du schon sagtest. Wenn wir jetzt aus der Richtung kommen, du möchtest nackt gut aussehen, auch da ist dann das Krafttraining die Basis und das Kardiotraining zusätzlich sehr vorteilhaft. Ich habe so eine Faustformel, die ich immer ganz gerne wiedergebe, ist halt, wenn du bis zu fünf Stunden die Woche investieren möchtest ins Training, dann investiere am besten die ersten drei Stunden ins Krafttraining. Da hast du den größten Effekt durch das, was du investierst und dann alles darüber hinausgehende gerne in Ausdauer. Nur mal so als Faustformel, dass man so einen Anhalt hat. Und das Ganze kann man natürlich auch noch weiter ausbauen. Also wer jetzt mein Buch gelesen hat, Looking Good Naked, habe ich ja auch so eine Trainingsmethode, ein Trainingssystem vorgeschlagen, dass man halt gut ausbauen kann auf bis zu sechs Tage Training die Woche. Du sagtest eben auch einen Splitplan. Man kann halt gut den Körper splitten, sodass man jede Muskelgruppe zweimal die Woche trainiert und dann eben, wenn man viel trainieren möchte, sechsmal die Woche Krafttraining machen kann. Und es spricht auch nichts dagegen, dann nochmal 30 Minuten Kardio ranzuhängen, wenn man da Spaß dran hat. Das ist, finde ich, immer das Wichtige. Was passt in dein Leben und hast du da auch Spaß dran langfristig? Genau, also es soll sich jetzt keiner davon irgendwie, hier Marc und Jenny haben gesagt, ich muss sechsmal die Woche Krafttraining und noch Ausdauertraining machen, damit es effektiv ist. Und ich bin jetzt fortgeschritten und muss dahin. Das natürlich auf keinen Fall. Es muss in dein Leben passen. Du musst genug Zeit zur Regeneration haben, zum Schlaf haben und auch genug Power, um das durchzuziehen. Und wenn eben die Zeit und die Lust und der Spaß da ist, spricht eben nichts dagegen, da vom Level relativ hoch zu gehen oder von der Zeitinvestition. Das ist so ein wichtiger Punkt. Vielleicht bleiben wir da auch nochmal kurz. Wenn du jetzt mich fragen würdest, ich trainiere jeden Tag, ich würde sagen im Durchschnitt eine Stunde. Ich würde aber quasi, wenn es mir nur darum geht, meine Figur zu halten, muss ich auch nicht so viel trainieren. Und hätte ich mehr Zeit, ist ja falsch formuliert, jeder Mensch hat die gleiche Anzahl Zeit zur Verfügung. Ich hätte auch Spaß, mehr zu trainieren. Ich würde dann vielleicht noch andere Dinge machen, neben dem Krafttraining, neben dem Laufen gehen, was ich super gerne mache. Und mein Tag ist so ausgefüllt, dass ich das im Moment nicht mache. Und andere sagen vielleicht, hey, ich bin froh, wenn ich drei Stunden die Woche habe. Oder ich bin froh, wenn ich in Summe anderthalb Stunden habe die Woche. Und alles darüber ist für mich zu stressig. Deswegen finde ich auch mal wichtig zu sagen, du kannst auch fortgeschritten sein und auch mit einem recht kurzen Training, wenn es halt schlau zusammengebaut ist und intensiv ist, supergute Fortschritte machen oder eben deine Form halten. Deswegen, du siehst schon, Sunny, die Frage ist ein bisschen schwer, so allgemein zu beantworten. Deswegen holen wir auch so aus. Aber da gibt es halt ein großes Spektrum und wer jetzt Spaß hat, jeden Tag zu trainieren. Ich finde so ganz gut ist, zumindest wenn man vom Krafttraining kommt, auch mal einen Tag die Woche Pausen zu machen. Zumindest von dem intensiven Training, wenn man es gar nicht lassen kann. Lass das Gewicht weg und mach halt irgendwie Techniktraining an dem Tag. Auch sowas kann man natürlich machen. Ja, oder eben Sachen wie Mobility einzubauen oder mal einen Tag dann Yoga zu machen oder ein wirkliches reines Stretching, Beweglichkeitstraining. Dann war man trotzdem im Studio oder auch zu Hause, hat sein Training gemacht. Aber es war vielleicht einmal so ein kleiner Erholungstag für den Körper. Hattest du auch schon angesprochen, Jenny, das Thema Regeneration ist halt wichtig. Ich finde, je mehr und je intensiver man trainiert, desto interessanter ist es auch, die eigene Regeneration oder wichtiger auch auf die zu achten. Was gehört dazu? Genug Essen, genug Schlafen. Auch, dass die Muskeln sich erholen können. Und wer fortgeschritten ist, hat da auch schon ein ganz gutes Gefühl entwickelt. Oder kann halt auch noch zusätzlich, wenn du da der Typ zu bist, das auch noch tracken. Zum Beispiel, ich bin ja der totale Tracking-Fan. Ich habe hier meinen Whoop-Band und gucke mir alle möglichen Werte an, Herzfrequenz, Variabilität, sonst was. Jenny, du glaube ich gar nicht. Nee, ich bin gar kein Tracking-Typ. Genau, ich höre da eher so auf mein Körpergefühl. Was vielleicht ganz interessant ist, ich komme ja aus dem Bodybuilding. Und da ist es natürlich auch, wenn man sich dann auf einen Wettkampf vorbereitet, dann war ich natürlich sechsmal die Woche beim Training. Und zwar jeweils komplett aufgesplittet, die Muskulatur. Also teilweise ist wirklich auch die Muskelgruppe nur einmal in der Woche drangekommen. Und dann eben, je höher die Diät fortgeschritten ist, kam das Cardio-Training dann wirklich mit am Ende 90 Minuten täglich dazu. Teilweise dann nüchtern. Also dann merkt man, da ist dann aber auch die Priorität eine ganz andere. Das könnte ich in meinem ganz normalen Alltag nicht so durchziehen, möchte ich auch nicht. Man merkt ja auch, man ist dann müde in so einer Diät. Also erstens, man verlangt dem Körper wahnsinnig viel ab. Die Ernährung wird immer minimaler, die Diätzufuhr. Also das ist dann eine Phase. Und klar, das ist dann super fortgeschritten. Da würde ich jetzt, weiß ich nicht, ob irgendwer von den Zuhörern in dem Bereich aktiv ist. Jedem, der jetzt einen ganz normalen Fulltime-Job hat und so, würde ich das jetzt in dem Maß nicht empfehlen. Man weiß dann eben, ich habe jetzt diese drei Monate und der letzte Monat wird halt wirklich hart. Und wenn das Fett nicht runtergeht, dann sagt der Trainer nochmal, Cardio erhöhen. Und man steht dann morgens um fünf auf, damit man das auch noch irgendwie den Tag unterbringt. War ja auch nicht so, dass ich komplett nicht gearbeitet habe in der Zeit. Man hat trotzdem Alltag, trotzdem war das große Kind schon da und so weiter. Aber da merkt man dann eben auch, also man kommt dann an den Punkt, auch ohne Tracken, die Regeneration reicht eigentlich nicht. Also man merkt so eine Grundermüdung, man friert viel, der Schlaf ist auch nicht mehr so gut und so. Und das eben, der Körper kann das eine Zeit lang so mitmachen. Aber das sind dann schon so Warnsignale, die man jetzt nicht in seinem normalen Trainings-Lebensalltag so durchziehen sollte. Ja, das ist eine begrenzte Phase auf den Wettkampf hin. Am Wettkampf bist du in Top-Form und danach gönnst du dir dann die Regeneration. Dann fährst du halt runter, dann geht auch der Körperfettanteil wieder hoch. Das ist ja nichts, was man sein Leben lang, also gerade im Bereich Bodybuilding geht es halt auf die Wettkampfvorbereitung. Ist halt eine super zunehmend harte Vorbereitung, wo man auch viel Energie reinsteckt und wo der Körper dann eben auch fast so an die Substanz geht. Und danach kommt dann die Regeneration. Also das ist dann auch eine andere Zielsetzung. Genau, aber eben um zu sagen, für Fortgeschrittene, da sind wir dann wieder bei dem Thema, wo ist man fortgeschritten? Dann ist man schon im Profibereich vielleicht, auch wenn ich kein Profi bin, sondern es immer noch ein Hobby ist und war. Trotzdem ist man da dann schon in einem Bereich, wo man wirklich sagen kann, das ist jetzt nicht mehr der fortgeschrittene Hobbysportler, sondern das geht eben in den Profibereich. Ja, prima, Sani, ich hoffe, es hilft dir ein bisschen. Wo machen wir weiter? Ja, ich würde dir jetzt mal eine Frage stellen, Marc. Es wurden ja einige Fragen auch wirklich spezifisch an Marc oder an mich gestellt. Und zwar kommt die nächste Frage von dem UEW. Der möchte wissen, wie viel Muskelmasse man bei einer fehlerhaften Ernährung verlieren könnte. Das ist eine spannende Frage. Tatsächlich wurde mir diese Frage bisher noch nicht gestellt, deswegen musste ich auch ein bisschen drüber nachdenken. Es gibt tatsächlich ein paar interessante Untersuchungen dazu, wenn jetzt jemand zum Beispiel fastet. Das ist ja auch durchaus gesund, mal ein paar Tage zu fasten. Und das bedeutet im Wesentlichen ja, dass man, es wäre in dem Fall jetzt kein Fehlerhaft, wobei, Uwe, du hast ja das Fehlerhafte auch in Anführungszeichen gesetzt, sondern es ist ja eine bewusste Phase, wo Menschen dann auf Lebensmittel oder auf Kalorienzufuhr verzichten und auf Nährstoffe, einfach um diese Autophagie in den Zellen anzuregen und diesen gesundheitlichen Effekt mitzunehmen. Und natürlich ist es so, dass der Körper, wenn keine Nährstoffe mehr nachkommen, muss er gucken, wo er sie hernimmt. Im Wesentlichen hat der Körper ja drei Energiequellen. Die beiden in Anführungszeichen besten sind halt die Kohlenhydrate und das sind die Fette. Kohlenhydrate werden gespeichert im Muskel, werden in der Leber gespeichert, dann verbrannt, wenn sie gebraucht werden. Diese Vorräte sind dann irgendwann erschöpft. Fett hat man in der Regel, auch wenn man schlank ist, genug für mehrere Wochen, sage ich mal. Und bei den Eiweißen ist es halt so, auch die kann der Körper in Zucker umwandeln, in der Leber. Gluconeogenese nennt sich der Vorgang. Und auch das würde er machen, weil der Erhalt der Muskelmasse eben viel Energie kostet. Wir bauen ja auch deswegen Muskeln auf, um uns mehr erlauben zu können, den Grundumsatz hochzufahren, sodass wir auch in Ruhe einfach mehr Kalorien verbrauchen. So jetzt fragst du halt, was wäre denn, wenn ich mich fehlerhaft ernähre? Ich interpretiere das jetzt erstmal, lass uns vielleicht erstmal bleiben bei diesen drei Makronährstoffen. Man kann natürlich auch noch in die Mikronährstoffe reingehen. Und da wäre dann die Frage, was ist eine fehlerhafte Ernährung? Kann ja auch bedeuten, dass ich zum Beispiel kein Selen mehr esse und funktionieren bestimmte Stoffwechselprozesse nicht mehr. Das würde ich jetzt erstmal außen vor lassen, weil das zu granular wird dann nachher. Lass uns bei diesen drei Makronährstoffen bleiben. Und so das Prominenteste beim Muskelverlust wäre dann ja das Eiweiß. Also grenze ich das mal ein. Fehlerhaft heißt vielleicht, lass uns das so definieren, in diesem Fall zu wenig Kalorien. Und vor allen Dingen zu wenig Eiweiß wird zugeführt. Was passiert dann? Nun, es ist so, wenn du in dieser Zeit, wo du nicht genug Eiweiß zuführst und auch vielleicht nicht genug Kalorien, dass der Körper trotzdem die Muskulatur dann weiter erhält, wenn du sie benutzt. Also wenn du intensiv trainierst, dann ist der Muskelverlust nicht sonderlich hoch. Also du kannst nicht erwarten, dass du dann noch weiter aufbaust. Wenn das dein Ziel ist, dann darfst du entsprechend essen. Aber wenn du jetzt vielleicht so eine Fastenphase durchziehen willst, weil du da Bock drauf hast oder dir das wichtig ist, dann ist es wichtig, dass du in der Zeit intensiv trainierst, dass du halt schon deine mindestens dreimal die Woche, würde ich empfehlen, Krafttraining durchziehst. Und dann passiert da auch nicht so viel. Wenn wir jetzt vielleicht mal das andere Extrem nehmen, jemand, der eine OP hat oder einen Unfall und deswegen im Krankenhaus liegt, sich nicht bewegen kann für einen bestimmten Zeitraum und der würde sich fehlerhaft ernähren, da baust du dann ganz schnell ab. Also wenn die Muskeln nicht verwendet werden, dann beschleunigt sich das sehr. Das ist auch irgendwie klar, weil der Körper braucht die Energie und irgendwo muss er sich herholen. Und wenn dann nicht der Reiz von außen kommt, dass ich die Muskulatur benötige, dann sagt der Körper halt, hey, hier geht es ums Überleben. Muskeln brauche ich offenbar nicht, die baue ich ab und dann würdest du halt sehr schnell Muskeln auch verlieren. Und das vielleicht noch als letzten Punkt. Ich weiß ja jetzt nicht genau im Detail, was dein Hintergrund ist. Wo du immer auf der sicheren Seite bist, ist, wenn du auch deine Muskelumfänge trackst. Also du kannst ja zum Beispiel Bizepsumfang, Oberschenkelumfang, Bauchumfang, Schulterumfang, Brustumfang und so weiter messen. Und wenn du den Körperfettanteil auch noch weiterhin misst, dann kannst du halt sehen, ob du auch an Muskulatur abbaust und dann schnell intervenieren, wenn da was in die falsche Richtung gehen sollte. Super beantwortet. Also ich habe dazu jetzt keine weiteren Fragen. Cool. Dann lass uns doch gleich zur nächsten Frage übergehen. Live and Life Be Great fragt, und das ist eine spannende Frage, kann man Krafttraining wirklich zyklusorientiert steuern? Also eine von den Ladies da draußen, da halte ich mich zurück. Ja, das kann man. Ich muss dazu sagen, dass ich das tatsächlich noch nicht selber ausprobiert habe. Was auch daran liegt, dass ich nicht zu den Frauen gehöre, die große Schwankungen zyklusbedingt haben. Also weder große Stimmungsschwankungen, noch dass ich das in meinem Trainingsalltag groß merke. Beziehungsweise, ja, vielleicht macht es Sinn und vielleicht auch für mich, nehme ich vielleicht die Frage auch mal zum Anlass, in Zukunft mal Buch zu führen. Tage, wo man sich schlapp fühlt oder Tage, wo man besonders viel Energie hat. Wo stehe ich denn da eigentlich gerade in meinem Zyklus? Natürlich, wir fangen mal vorne quasi an. Wenn jetzt wirklich die Menstruation ist, ist es natürlich auch eine, wie fühle ich mich? Habe ich Schmerzen? Fühle ich mich total schlapp? Auf jeden Fall ist dort eine leichte Bewegung gut, selbst wenn man große Probleme hat. Wenn man es irgendwie schafft, vom Sofa oder Bett hochzukommen, da auch zumindest einen Spaziergang zu machen oder in einem Mobilisationstraining, also sich leicht zu bewegen, ist auf jeden Fall förderlich. Wie gesagt, ich habe das Glück, dass ich auch da ganz normal mein Training durchziehen kann. Und dann startet tatsächlich die gute Phase. Diese erste Hälfte des Zykluses, wo der Östrogenspiegel steigt. Östrogen ist ein Hormon und das wirkt auf den Körper anabol. In dieser Phase ist es besonders gut, Muskulatur aufzubauen und auch ein intensiveres Krafttraining durchzuführen, um dann wirklich eine gute Steigerung zu haben und man fühlt sich eben auch fit. Also das ist dann so die optimale Trainingsphase. Und die zweite Zyklushälfte, wenn man dann eben merkt, man hat da starke Hormonschwankungen, dann sinkt eben der Östrogenspiegel, dafür steigt der Progesteronspiegel. Und da ist es dann sinnvoller, zum Beispiel beim Ausdauertraining jetzt nicht ganz so auf High-Intensity-Training zu gehen, sondern ein bisschen gediegeneres, vielleicht dafür längeres Ausdauertraining zu machen und auch beim Krafttraining einfach mal auf den Körper zu hören. Man kann trotzdem Krafttraining machen, auf jeden Fall, natürlich. Aber dann eben vielleicht nicht die wahnsinnig hohe Steigerung zu erwarten. Also wenn man jetzt irgendwie, boah, vor zwei Wochen habe ich da aber zehn Kilo mehr geschafft oder eigentlich hatte ich mir jetzt vorgenommen, heute wollte ich hier zehn Kilo mehr schaffen und dann weiß man aber, ich bin in der zweiten Zyklusphase und man ist jemand, der sehr stark darauf reagiert, dann vielleicht einfach nicht zu viel erwarten und einfach dieses kleine Plateau mitnehmen und sich dann wieder auf die nächste gute Phase freuen, wo es wieder nach oben geht. Ja, prima. Ich weiß, das Thema ist auch gerade ziemlich prominent und absolut spannend. Ich habe auch noch mal vor, dazu eine eigene Folge zu machen, jemanden einzuladen, der sich auch als Trainer, gibt es ja auch Trainer, oder auch Leistungssportler, die da nach ihr Training steuern, dass wir in die Richtung nochmal gehen hier im Podcast. Ball nehme ich soweit auf. Ich finde es super spannend, auch du bist ja schon auf vieles eingegangen. Was ich auch schon wahrgenommen habe, ist, dass wir jetzt nochmal über Tracking reden, auch da die Hersteller darauf reagieren und das einbauen. Ich weiß, dass Whoop zum Beispiel sowohl wissenschaftliche Studien dazu betreibt, zum Thema Zyklus-Tracking und das auch schon in der Software abbildet. Da ich jetzt ein Mann bin, sehe ich das bei mir nicht. Ich weiß nicht genau, wie gut es umgesetzt wird. Vielleicht kriege ich da auch nochmal jemanden, der damit Erfahrungen gemacht hat. Aber ich finde es total spannend und ich glaube, dass wir da in Zukunft auch noch mehr auch als Trainer zu erfahren werden, auch von der Wissenschaft, was das Training angeht. Genau. Also es ist auf jeden Fall so, dass dieses Thema jetzt eigentlich gerade erst so aufkommt in der Öffentlichkeit. Also überhaupt das Hormonthema im Allgemeinen, auch bei Frauen, ob das Wechseljahre betrifft oder eben sowas wie zyklusorientiertes Training, ist so, als wenn das irgendwie vor zehn Jahren hätte es das noch nicht gegeben. Also liegt vielleicht auch tatsächlich an den ganzen Medien, die Influencer, die selber Krafttraining machen. Also es wird immer mehr auch so ein Bewusstsein dafür geschaffen in der breiten Öffentlichkeit, dass es eben da verschiedene Phasen gibt, gerade im Leben einer Frau. Und es ist toll, dass jetzt eben auch verschiedene Hersteller und Firmen darauf eingehen und das Thema ein bisschen größer machen. Ja, Marc, dann kommt wieder eine Frage an dich und zwar von Graf Sipp. Der wollte wissen, ob ein Pre-Workout-Booster, der ja eine höhere Leistung bedeutet, dafür aber auch mehr Stress für den Körper und ob das schädlich ist oder nicht. Pre-Workout-Booster erstmal ist ja ein Nahrungsergänzungsmittel, gerade im Fitnessbereich gibt es das, glaube ich, schon so lange, wie es Nahrungsergänzungsmittel gibt. Die Idee dabei ist, dass ich vor dem Training meinem Körper noch Stoffe zuführe, die potenziell die Leistung dann im Training steigern, mit dem Ziel, dass ich dann intensiver trainieren kann und dadurch einen noch größeren Trainingsreiz setze und dadurch mein Training effektiver wird. Das ist sozusagen das, was die Hersteller versprechen. Und jetzt müssen wir erstmal so rangehen und sagen, was ist denn eigentlich ein Pre-Workout-Booster? Vom Marketing-Aspekt, das, was ich eben beschrieben habe. Faktisch gibt es aber keine Definition. Du kannst nicht irgendwo im Lexikon nachgucken und da ist dann definiert, das ist ein Pre-Workout-Booster. Und wenn wir uns die Produkte da draußen angucken, dazu muss ich sagen, ich kenne auch nicht alle Produkte, es gibt unendlich viele. Ich kenne ein paar Produkte, ich habe auch früher mal welche ausprobiert, jetzt schon lange nicht mehr. Insofern bin ich da vielleicht auch schon biased, hört man so ein bisschen raus. Ich persönlich bin nicht der Meinung, dass es sonderlich wichtig ist. Das, was in Pre-Workout-Boostern drin ist, variiert. Es gibt welche mit Koffein, es gibt welche ohne Koffein. Wir wissen halt, Koffein ist ein Ergänzungsmittel oder auch etwas, was wir in natürlichen Produkten drin haben, was schon stimuliert und dadurch auch die Leistung steigern kann und in vielen Fällen eben auch steigert. Ich trinke häufig vor dem Training doppelt ein Espresso. Das ist so mein Pre-Workout-Booster. Insofern muss ich ein bisschen zurückrudern. Finde ich doch ganz gut. Also doppelt ein Espresso mag ich ganz gern. Dann sind häufig noch andere Stoffe drin, die vielleicht einen geringen Effekt haben. Das kommt dann darauf an, was drin ist. Ich würde mir da mal nicht zu viel von versprechen. Wenn überhaupt hat es einen kleinen Effekt. Du fragst jetzt, bedeutet das Ganze mehr Stress für den Körper und ist deswegen schädlich. Es gibt und ich glaube, das trägt auch dazu bei, dass Pre-Workout-Booster so ein bisschen in Verruf geraten sind, weil es in der Vergangenheit immer wieder Fälle gab, wo so neue Produkte auf den Markt gekommen sind, die sich dann auch wahnsinnig verbreitet haben über soziale Medien und so weiter, weil alle gesagt haben, Mensch, das Zeug ballert richtig geil und ich habe so ein cooles Training durchgezogen. Das kann ich sonst gar nicht. Dann hat sich halt rausgestellt, oder sind Amphetamine drin, also verbotene Substanzen, die eher, sag ich mal, in Richtung Drogen gehen. Und das ist natürlich dann schädlich, so etwas einzunehmen. Wenn man das länger zu sich nimmt, dann führt das dazu, dass man immer mehr davon braucht. Zum Beispiel ein so ein Stimulant ist Ephedrin. Ist in Deutschland verboten, war es früher aber nicht. War dann eben zugesetzt. Und man brauchte immer mehr davon, um den gleichen Effekt zu haben. Und wenn man davon runtergeht und es abgesetzt hat, dann führt das auch dazu, dass man sich gar nicht mehr aufratten kann. Also macht viel kaputt im Stoffwechsel. Insofern auch sinnvoll, dass es verboten ist. Steht auch auf der Dopingliste und so weiter. Und solche Produkte sind auf den Markt gekommen, hatten natürlich dann negativen Effekt. Es gab, glaube ich, auch einzelne Fälle, wo Menschen dann sehr viel davon konsumiert haben und ins Krankenhaus mussten. Und deswegen haben häufig diese Pre-Workout-Booster auch einen schlechten Ruf. Wenn wir jetzt in die Richtung gehen, etwas, was legal ist, da ist es häufig so, dass in den Pre-Workout-Boostern dann einfach viel Koffein drin ist. Und deswegen merkst du es auch, wenn du es einnimmst, dass du merkst, boah, ich bin voll aufgeputscht. Da könntest du natürlich auch einfach einen vierfachen Espresso trinken stattdessen. Was leicht passiert, ist, dass man sehr viel Koffein einnimmt und da den Bogen überspannt. Es gibt so eine Tagesmenge, die man nicht überschreiten sollte. Die liegt bei 300 bis 400 Milligramm Koffein. Wenn ich das permanent überschreite, ist das nicht gut für meinen Körper. Und es gibt individuelle Toleranzen. Es gibt also Menschen, die drehen vielleicht schon am Rad, wenn sie deutlich niedrigere Mengen nehmen. Und was natürlich leicht passiert, wenn ich diese Pre-Workout-Booster einnehme und zusätzlich noch viel Kaffee trinke, ist, dass ich koffeinmäßig aus der Kurve fliege. Und das ist so ein Punkt, wo ich immer darauf achten würde, wenn ich solche Produkte verwende. Also ich würde unterm Strich sagen, klar kann man Pre-Workout-Booster benutzen. Ich würde mir genau angucken, was ist drin. Und gerade beim Koffein darauf achten, dass ich halt in der normalen Menge bleibe, also vielleicht nicht über die 300 Milligramm am Tag komme. Was meinst du dazu? Ja, ich habe tatsächlich nur eine Erfahrung mal gemacht. Und das ist auch schon ewig her und garantiert einer der Booster, die inzwischen vom Markt genommen wurden und hatte dann relativ hohen Effekt. Und tatsächlich ist es dann ja so, dass man dann vielleicht bestimmte Hinweise vom Körper auch wiederum nicht so wahrnimmt. Also dass man quasi den Körper überlastet. Und insofern habe ich mich dann dagegen entschieden, weiter mit Boostern zu arbeiten, weil man dann vielleicht sogar das Verletzungsrisiko während des Trainings steigt. Ja, weil du vielleicht sogar über die Grenze rübergehst. Genau, das war zum Beispiel, also jetzt bei so einer Squat-Maschine war das so, dass da bei mir auf der Rücken das limitierende Element war, wo die Last drauf ist. Und ich dann immer vom Rücken her gemerkt habe, oh, mehr Gewicht kann ich jetzt nicht nehmen, obwohl die Beine vielleicht mehr geschafft hätten. Und solche Signale vom Körper werden teilweise durch diese Booster dann eben abgeschwächt oder setzen aus. Man spürt die nicht mehr so. Und das war für mich persönlich so, wo ich gemerkt habe, nee, das möchte ich lieber nicht. Ich möchte einfach ganz individuell gucken, wie ist meine Tagesform heute, was kann ich machen. Einen Kaffee vorher bin ich voll bei dir, Marc, auf jeden Fall. Aber alles, was darüber hinausgeht, möchte ich nicht nehmen, um eben wirklich auf meine Tagesform reagieren zu können beim Training. Ich glaube auch, dass das Potenzial, Fortschritte zu machen, ist ja da. Also ich brauche dazu keine solchen Booster zwingend. Und wenn ich daran denke, ich hatte hier auch schon mehrmals zu Gast den Bodybuilder Berend Breitenstein, der schwirrt auch auf die Tasse Kaffee vor dem Training und hat ja auch eine super Form erreicht. Also wenn jemand glaubt, das nehmen zu müssen, dann weiß ich jetzt nicht, glaube ich nicht, dass es bei dir so ist. Aber ja, dass wir das vielleicht einmal noch mal hier zwischen den Zeilen rüberbringen, man braucht sowas nicht unbedingt. Gut, kommen wir zur nächsten Frage. Ter fragt, kann man nur mit einem Personal Trainer wirklich effektiv trainieren, wenn man selbst wenig Erfahrung hat? Und ich glaube, wahrscheinlich meinst du, muss ich dazu einen Personal Trainer nehmen oder kann ich auch anders mit wenig Erfahrung Fortschritte machen? Ja, spannende Frage. Also eben, man muss sich jetzt wirklich fragen, wofür steht der Personal Trainer oder ist auch einfach nur ein Trainer damit gemeint? Also wenn man das erste Mal ins Fitnessstudio geht und das ist ein gutes Studio, wird einem eigentlich immer empfohlen oder bei manchen Studios ist es sogar Pflicht, als erstes eine Trainerstunde zu nehmen und das ist im Preis mit drin in den meisten Studios und sich einen Trainingsplan erstellen zu lassen. Und das würde ich auf jeden Fall empfehlen als Anfänger, wenn man mit dem Krafttraining im Fitnessstudio anfangen möchte. Da werden einem die Maschinen erklärt, das wird irgendwie ein sinnvoller Trainingsplan aufgebaut und gerade weil du ja fragst, effektiv trainieren, das heißt, du willst Fortschritte sehen, auch da eignet sich einfach der Trainingsplan, wo man notieren kann, wie viel habe ich geschafft, mache ich Fortschritte und wenn es ein super Studio ist, kann man dann eben nach sechs Wochen auch nochmal wieder mit demselben Trainer oder einem anderen einen Aufbauplan machen und gucken, ja, wie habe ich mich weiterentwickelt. Also das ist jetzt Krafttraining. Ich denke auch, dass es um Krafttraining geht. Also es gibt ja auch viele Leute, die, sage ich mal, zu Hause mit YouTube irgendwie Fitnessvideos, Aerobicvideos machen. Das kann man vielleicht auch ohne Trainer machen. Da hat man dann seinen Online-Trainer. Wobei ich der Meinung bin, wenn man jetzt vielleicht nicht so ein gutes Körpergefühl hat und gar nicht so viel Erfahrung hat, macht es wirklich Sinn, einmal vom Profi auch gucken zu lassen, wie sind die Bewegungen, mache ich das richtig. Aber da jetzt in der Frage Personal Trainer steht, würde ich auch darauf nochmal eingehen. Also Personal Trainer ist für mich wirklich jemanden, den ich noch außer der Reihe bezahle. Das heißt, ich habe meine Mitgliedschaft im Studio, aber ich treffe mich noch mit einem Personal Trainer einmal, zweimal die Woche, der wirklich die ganze Stunde bei mir ist und mich pusht. Natürlich hat man da vielleicht einen noch schnelleren und besseren Effekt. Ja, es ist jemand da, der einen quasi zwingt, den inneren Schweinehund so ein bisschen zu überwinden, an die persönlichen Grenzen zu gehen, was man sich vielleicht, das ist typabhängig, ich beim eigenen Training nicht unbedingt abverlangen würde. Aber das ist natürlich eine Preisfrage und das ist auf jeden Fall nicht notwendig, um effektiv zu trainieren. Also da würde ich sagen, eben ein erfahrener Trainer, der einem einen Trainingsplan erstellt, ist für den Anfang vollkommen ausreichend. Es ist definitiv eine Typfrage, sehe ich auch so. Es gibt Menschen, die haben das Geld und ich finde auch, es ist gut investiertes Geld, wenn jemand sich einen Trainer leistet und der Vorteil ist natürlich, dass du bei einem Personal Trainer auch das Commitment abgibst. Du zahlst ihn und der wartet da auf dich und ist für dich da und dann werden die meisten Menschen nicht sagen, oh, ich habe heute keine Lust zum Training, weil das wäre herausgeschmissenes Geld. Dieses Commitment hilft vielen dann auch, so eine Routine aufzubauen und erst mal reinzukommen. Ich werde auch immer regelmäßig zum Jahresende, du wahrscheinlich auch gefragt, hey, das wäre einer der Mehrwerte und das andere ist, dass man natürlich permanent Feedback bekommt. Es gibt auch Fitnessstudios, wo du eine sehr enge Trainerbetreuung hast. Das sind dann natürlich auch ein bisschen teurer, aber da gehst du halt hin und da ist immer ein Trainer und spricht dich an und sagt, hey, was machst du heute? Guck dann mal drauf, wie dein Training läuft und gib dir auch Tipps dazu. Also es gibt da ja so ein Spektrum. Und dann gibt es ja noch die Möglichkeit, sich online betreuen zu lassen. Vielleicht gehen wir da auch noch mal drauf ein. Jenny, du betreust ja auch Klienten online. Wie effektiv ist das im Vergleich? Wo sind vielleicht die Vor- und Nachteile? Also der Vorteil ist, man hat eben auch eine sehr persönliche Betreuung. Ich gehe da sehr individuell auf meine Klienten ein, sowohl was die Ernährung als auch das Training betrifft. Die bekommen eben Trainingspläne, je nachdem, ob sie zu Hause trainieren wollen oder im Studio trainieren wollen. Also bei Marathon Fitness arbeiten wir zum Beispiel mit einer App, wo zu jeder Übung, die ich dann in den Trainingsplan mache, auch ein kleines Video ist, wo man eben sehen kann, wie wird die Übung richtig ausgeführt, wo auch dazu Erklärungen sind. Und wenn dann noch Unsicherheiten sind bei meinen Klienten, sage ich auch, dann mach mal ein Video von dir, schick mir das, ich gucke mir das an. Wenn die Leute im Studio trainieren, dann sage ich auch, du kannst auch da gerne einfach mal einen Trainer ansprechen, zeig ihm jetzt zum Beispiel das Kreuzheben oder so. Da sind ja oft Technikfragen. Mache ich das richtig? Genau. Und insofern kann man dann auch online eine optimale Betreuung bekommen. Ja, im Prinzip ist die Antwort, nein, man braucht keinen Personal Trainer, man braucht keinen Online-Fitness-Coach, ist eine Typfrage. Und was dein Ziel ist und wo du dich mit wohlfühlst. So, Marc, Tim aus Köln möchte wissen, ob rohe Möhren oder Rohkost im Allgemeinen am Abend gut sind. Ja, spannende Frage. Mein erster Impuls war, warum denn nicht? Tatsächlich gibt es ja diese Hinweise, ja Rohkost ist etwas, wo der Körper natürlich mehr dran verdauen muss, als wenn ich zum Beispiel kochte Möhren esse oder Möhrenbrei. Oder geht ja auch, wenn wir immer weiter in die Richtung gehen, Babynahrung ist schon alles in Anführungszeichen vorverdaut. Brei muss ich nur essen, runterschlucken, fast wie so ein Smoothie. Und Rohkost wäre sozusagen das andere Seite des Spektrums, da darf mein Körper dann mehr dran verdauen. Meine Antwort darauf ist, ist individuell. Weil ich persönlich liebe es, ich esse abends häufig nochmal einen Salat, nicht jeden Abend, aber wenn ich Bock auf einen Salat habe oder dass das gerade gibt und der besteht nun mal nur aus Rohkost, dann gönne ich mir das. Und ich habe bei mir selbst noch keinen Unterschied festgestellt. Ich schlafe dann genauso gut, ich bin danach satt, das schmeckt mir und danach würde ich eher gehen. Es gibt aber Menschen, die bei bestimmten Lebensmitteln, die nicht so gut vertragen oder da vielleicht die Verdauung ein bisschen Probleme macht und wenn darunter dann deine Schlafqualität leidet, dann wäre meine Empfehlung, wenn das bei rohen Möhren auftritt, dann verzichte drauf und nimm irgendwas anderes, was du besser verträgst. Es kann auch sein, dass vielleicht bestimmte Menschen mit Rohkost am Abend nicht so gut klarkommen und da wäre dann meine Empfehlung, ist lieber irgendwas, was vielleicht gekocht ist oder in die Richtung geht. Also da gibt es keine pauschale Antwort. Wenn ich aber irgendwo lese, Möhren am Abend sind nicht gut, in dieser absoluten Formulierung, dann stellen sich bei mir immer so ein bisschen die Nackenhaare auf und es stellt sich die Frage, ja wieso? Ich mache das auch regelmäßig und ich komme damit wunderbar klar. Da müsste ich ja schon längst tot sein. Ein bisschen überspitzt formuliert. Ja, unterm Strich, wenn du es gut verträgst, why not? Das sehe ich genauso. Ich gehöre Gott sei Dank auch zu den Menschen, die es gut vertragen und esse auch oft abends einen Salat oder was ich auch super finde, wenn man dann noch so Bock auf Knabbern, Zeug hat, dass man sich irgendwie einen Rohkostteller macht und dann irgendwie einen Kräutermagerquark anrührt. Da hat man dann auch noch seine Proteine mit dazu. Finde ich einen super Abendsnack. Aber ich habe auch durchaus Kunden, die das nicht gut vertragen und dann kann man das Gemüse genauso gut am Abend eben als Ofengemüse oder in der Suppe oder so essen und vielleicht dann den Salat eher am Mittag. Marlene fragt, wie schwer war es für dich, während der Massephase zuzunehmen? Ja, spannende Frage. Also erstmal für alle, die diese Begriffe vielleicht nicht kennen, Massephase ist dann wirklich aus dem Bodybuilding eben die Phase vor der Diät, wo man gezielt Gewicht aufbaut, um eben auch Muskulatur aufzubauen. Dazu muss man sagen, dass man leider nicht, also in den meisten Fällen nicht nur Muskulatur aufbauen kann, sondern eben auch allgemein Gewicht zulegt und natürlich auch ein bisschen Fett. Das geht dann alles in der Diät wieder runter. Ja, es gibt eben Männer, die genießen, glaube ich, die Massephase sehr und haben dann da auch nicht so die persönlichen Probleme damit. Als Frau ist es da manchmal schon schwierig, tatsächlich. Also jetzt mal rein psychologisch, fangen wir mal damit an. Ist es nicht unbedingt schön, wenn die Hosen nicht mehr passen und man auch so im Spiegel einfach sieht, man nimmt zu und da ist natürlich dann ganz stark die Frage, wie groß ist der Wunsch, wie groß ist das Ziel? Man muss dann dahin kommen, sich auch darüber zu freuen. Der Plan funktioniert, ich nehme zu, Training funktioniert und ich weiß ja, wofür ich das mache und in einem halben Jahr werde ich da eben auf der Bühne stehen nach meiner Diät und da wird ein bisschen mehr Schultern, ein bisschen mehr Po, Muskulatur, was auch immer, dann vielleicht auch das Ziel war, zu sehen sein. Und das ist so das eine natürlich, dass man vielleicht sogar mal in eine Phase kommt, wo einen Leute angucken und sagen, aha, echt, du machst Sport? Sieht man jetzt nicht so unbedingt. Das ist mir jetzt nicht passiert, aber es ist natürlich eigentlich ein Zustand, wie man sich nicht unbedingt dann fühlen möchte, wenn man sehr regelmäßig zum Training geht und sehr darauf sonst gezielt war, nackt gut auszusehen. Dann das andere ist wirklich das Praktische. Wie schwer ist es zu essen? Und das ist gar nicht mal so einfach. Also, weil es war natürlich nicht so, dass auf meinem Ernährungsplan stand, geh mal zu McDonald's. Also nicht, dass ich, also tatsächlich mag ich das Essen von McDonald's gar nicht so gerne, aber jetzt mal so als Beispiel und hau dir da irgendwie das und das rein und du hast direkt irgendwie deine Tageskalorien geschafft, sondern das heißt natürlich gesunde Lebensmittel und zwar über den Hunger hinaus. Gesunde Kohlenhydrate, Haferflocken, Reis, Ich hatte tatsächlich auch Reiswaffeln, einiges dann und aber auch Gemüse. Also der Proteinanteil war gar nicht so viel höher als in der Diät tatsächlich. Aber das Gemüse, also ich weiß nicht, ich habe glaube ich anderthalb Kilo Gemüse am Tag gegessen und dann eben Reis viel. Die Portionen waren groß und man muss das aufessen, auch wenn man satt ist. Das kann ganz schön schwierig sein und das sind, ich weiß es, 90 Prozent der Menschen draußen wollen eher abnehmen und jammern irgendwie, das ist schwierig und das funktioniert nicht so richtig und ganz selten habe ich auch mal Kunden, die tatsächlich zunehmen wollen und auch an ihre Grenzen kommen und dann muss ich immer sagen, ja tatsächlich zunehmen, gezieltes Zunehmen ist deutlich schwerer als gezieltes Abnehmen. Wunderbar. Ich habe nichts zu ergänzen. Ich könnte höchstens noch mal was ähnliches erzählen. Insofern halte ich einen Rand an der Stelle. Eine Frage glaube ich können wir noch, oder? So, dann kommt noch mal eine richtige Paradefrage an dich, Marc. Und zwar geht es um Marathon und Krafttraining, also eigentlich genau deine Themen. Dean möchte wissen, ich möchte einen Marathon laufen, aber trotzdem schweres Krafttraining machen. Wie verbinde ich das? Ja, spannende Frage. Genau die Frage habe ich mir vor 20 Jahren auch gestellt. Das noch mal so am Rande ist auch einer der Gründe, warum das Unternehmen Marathon Fitness heißt, weil ich damit angefangen habe. Ich habe damals auch tatsächlich Krafttraining gemacht und bin Marathon gelaufen. Insofern kann ich da ein bisschen was aus der Praxis zu sagen. Es gibt tatsächlich wenig Inhalte dazu, wie ich Marathon laufen mit Krafttraining oder auch Muskelaufbautraining sinnvoll verbinden kann. Der einzige, den ich kenne, da auch noch mal ein Shoutout an der Stelle, ist der Frank Acker, den ich hier auch schon mal zu Gast hatte. Deswegen versuche ich mich jetzt ein bisschen kurz zu halten. Wir haben genau das Thema auch in einer langen Folge diskutiert, weil der Frank sehr durchtrainiert ist, sehr muskulös, hat auch noch mehr Muskelmasse als ich und läuft trotzdem sehr erfolgreich Marathon. Der hat auch ein Buch dazu geschrieben, das nennt sich Hybridathlet. Verlinken wir auch gerne noch mal in den Shownotes. Also das Ganze noch mal strukturiert beschrieben. Grundsätzlich geht das. Worüber du dir im Klaren sein darfst, ist Marathon-Training ist recht trainingsintensiv. Du darfst also Zeit investieren. So roundabout wäre meine Empfehlung, dass du ins Laufen schon grob so die drei bis vier Stunden die Woche einplanen darfst im Durchschnitt. Eher vier Stunden Trainingsumfang, Ausdauertraining, um dann nachher auch dahin zu kommen, dass du komfortabel, also man ist natürlich kaputt, wenn man ins Ziel läuft, aber dass du dich dann gut fühlst. Ich finde immer den Ansatz, schönen Marathon so zu laufen, dass du ins Ziel läufst und dann sagst, boah, bin ich fertig, aber es war verdammt geil. So, das heißt, du hast schon mal vier Stunden Ausdauersport und dann kommt noch das Krafttraining dazu. Da wäre meine Empfehlung, schon auch die zwei Stunden einzuplanen fürs Krafttraining. Gerne auch vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht auch zweieinhalb Stunden. Und hier ist es wichtig, dass du intensiv die Muskeln weiter trainierst, sodass dein Körper die auch beibehält. Also würdest du zu sehr rüberschwenken zum Ausdauertraining, sagt der Körper natürlich dann auch, Muskeln brauche ich eigentlich nicht, das ist halt schwer, baue ich ab, wenn du nicht genug isst. Das ist nämlich auch noch ein wichtiger Faktor. Also, wie verbinde ich das Ganze? Erstmal, erster Punkt, genug essen. Ist natürlich, weil Laufen auch sehr kalorienintensiv ist, vielleicht für viele eine Herausforderung. Also darfst genug essen. Das Zweite ist, wie bringe ich die Trainingseinheiten übereinander? Und hier ist ein wichtiger Punkt, beim Krafttraining ist es wichtig, die Beine zu trainieren. Knie beugen, Kreuz heben, vielleicht schweres Training an der Beinpresse. Wann mache ich das? Zum Beispiel wäre es ja ungünstig, wenn du einen 3-Stunden-Lauf machst. Einen langen Lauf macht man vor dem Marathon ja immer die Woche, wenn du zum Beispiel am Sonntag deinen langen Lauf machst, drei Stunden läufst und dann montags ein schweres Beintraining vor hast, kannst du knicken. Die Beine sind dann kaputt. Du kannst dann kein intensives Training so durchführen, dass das auch nur irgendwie wie ein Trainingsreiz setzt. Das heißt, du darfst halt die Kraft und die Ausdauereinheiten schlau so miteinander kombinieren, dass du jeweils auch regenerieren kannst. Ich habe das immer so gemacht, dass ich die Beineinheiten vor einem Langlauf zum Beispiel gemacht habe oder zwei Tage vorher, sodass ich wieder regenerieren konnte und dann eben auch entsprechend in den langen Lauf reingehen konnte. Also, dass du das so ein bisschen entzerrst. Die größte Herausforderung hier sind Krafttraining für die Beine und intensive Einheiten fürs Marathon-Training. Im Wesentlichen sind das die langen Einheiten, dass du die halt möglichst auseinanderzerrst. Wie gesagt, Beispiel, du könntest, wenn du einen langen Lauf am Sonntag hast, frühestens wäre meine Empfehlung, am Mittwoch ein Krafttraining für die Beine einbauen oder vielleicht auch am Donnerstag oder Freitag, aber so, dass du das ein bisschen getrennt hast. Und ansonsten gilt, je nach Trainingsumfang immer so die Faustregel, du kannst an unterschiedlichen Tagen trainieren. Wenn du zum Beispiel viermal die Woche laufen gehst, dann hast du noch drei Tage der Woche, wo du Krafttraining machen kannst oder du kannst natürlich auch gut an einem Tag beides machen. Da wäre dann meine Empfehlung immer Krafttraining morgens, Ausdauertraining abends zum Beispiel. Dass du ein bisschen Zeit dazwischen hast. Umgekehrt kannst du ausprobieren. Ich persönlich bin immer besser damit klargekommen, wenn ich zuerst das Krafttraining gemacht habe und dann als zweites am Tag, wenn man zwei Trainingseinheiten macht, das Ausdauertraining. Ich hoffe, das hilft dir erstmal. Ansonsten nochmal der Tipp, höre in die andere Folge rein mit Frank Acker. Verlinken wir dir auch nochmal in den Shownotes. Und sein Buch Hybridathlet kann ich dir auch nur ans Herz legen. Prima. Ich hoffe, das war interessant. Dieses Frage-und-Antwort-Format, finde ich, können wir nochmal machen. Gib uns dein Feedback per E-Mail an podcast.marathonfitness.de zum Beispiel oder schreib einen Kommentar in die Shownotes. Sollen wir das Ganze nochmal machen, dann können wir, Jenny, wenn du Lust und Zeit hast, uns ja vielleicht bei Zeiten nochmal treffen und dann weitere Fragen beantworten. Wir haben auch tatsächlich viele Fragen bekommen. Wir haben das Ganze im Vorfeld eingesammelt via Instagram über meine Seite Fitness mit Marc. Falls du noch nicht folgst, komm gerne mal, schau vorbei. Und dann haben wir vielleicht die Gelegenheit, nochmal weitere Fragen zu beantworten. Ja, Marc, auf jeden Fall. Ich bin gerne wieder mit dabei. Die Zeit vergeht immer super schnell und irgendwie beantworten wir die Fragen auch immer so intensiv. Beim Durchlesen denkt man noch, ah ja, das kann man mal kurz in einer Minute sagen, aber es ist dann doch im Gespräch. Denn die fragen sich dann doch oft als sehr spannend raus und wir beantworten sie sehr ausführlich und es macht großen Spaß. Insofern komme ich gerne nochmal. Ja, und zum Schluss nochmal, falls du Lust hast, dich individuell betreuen zu lassen, wir bieten Online-Fitness-Coaching an auf marathonfitness.de-coach. Jenny, aktuell hast du noch Platz für neue Klienten. Wir gucken immer, wenn wir ausgebucht sind, dann gibt es eine Warteliste. Bei mir ist es so, dass ich nur noch im sehr geringen Umfang selbst coache. Ich bin hier mit dem Podcast ganz gut ausgelastet. Wir haben aber Trainer hier. Jenny, du bist sehr erfahren und wenn du Lust auf ein Online-Fitness-Coaching hast, dann kannst du dich da auch gerne unterstützen lassen. Ja, ich würde mich freuen. Falls du diese Folge hörst und noch nicht abonniert hast über Apple Podcasts, Spotify oder andere Plattformen, dann solltest du das schleunigst ändern. Denn die beste Möglichkeit, dran zu bleiben, ist, wenn du dir diesen Podcast kostenlos auf dein Phone oder dein Lieblingsgerät liefern lässt. Du kannst ganz einfach abonnieren, indem du auf Apple Podcast gehst und dort nach Fitness mit Marc suchst. Oder du gehst auf www.marathonfitness.de schrägstrich Podcast und klickst dort auf Abonnieren. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann kannst du auch was zurückgeben. Geh auf Apple Podcasts oder auf Spotify, gib mir deine 5-Sterne-Bewertung und schreib was Nettes. Ich lese das und ich werde dir ewig dankbar sein. Versprochen. Der Punkt ist der, mit deiner Bewertung hilfst du, dass dieser Podcast leichter gefunden wird von Menschen, denen diese Infos auch helfen könnten, um ihren Körper zu verbessern, um nackt gut auszusehen. Also, kennst du jemanden, dem dieser Podcast helfen würde? Denn das beste Kompliment, das du mir machen kannst, ist eine weitere Empfehlung. Bis zum nächsten Mal.